so sind wir wieder zu einer weiteren folge anno 1800 mit dem josh der sonne dabei ja genau hallo der stark als am handel arbeitet ich habe jetzt gerade schokolade gekauft ich habe gerade schokolade gegessen der hat nämlich schokolade im angebot gehabt die nette dame da unten kratz brauchst du dir schon für irgendwas ich habe schokolade geholt gehandelt na vielleicht das ist doch glaube ich fast wie bei 1404 mit den orient ja genau habe ich die vermutung wenn die dann wenn du mit der dann befreundet bist dann irgendwann weil es sieht ja außen orient hier unten die dieser tempel oder was das da ist ich war da nicht mehr hin das letzte mal wurde mir das schiff zerschossen als ich da in der nähe war na gut der ist ja viel weiter unten der pirat aber ich kann mit der handeln die braucht nämlich diese uhrcodes aber ich weiß nicht ob ich die überhaupt schon überhaupt herstellen kann ich habe fast gedacht dass das wahrenhaus ja überlastet ist ich habe nur noch 382 sondern da sind kein wenig zu befassen und dann sind wir nicht oben ja und dann sind wir nicht oben ja manchmal hört sich die musik ein bisschen an wie die von von game of thrones eine melodie in der kurze die die klingt wie die anfangsmelodie von game of thrones die ship constructed Oh. Get first class. Aye. So you'd come from? You can rely on us. Game's safe. That bloomin' turnip was the size of her head. A fire consumes one of your factories. No, it's burning again. By you? Oh, yeah. Wo denn? I don't even mind the neighbors. Falcon ready. Falcon ready. Sales. I... Make sale. Has been back. Make sale. So, was sagt der Stand des Lagers? Das geht hoch, das geht runter, das geht runter, das darf runtergehen, das ist okay. Sehr schön. Geht alles hoch was hoch gehen muss. So good to see you uncle. So good to see you uncle. Was sagen wir denn die Aristokraten? Die brauchen ein Theater, aber auch noch nicht jetzt. Die haben doch Kanonen, oder? Damage per second 21. Kannst du irgendwo sehen was dein Schiff Schaden pro Sekunde macht? Okay, das ist schon krass. Where did you say you come from? So allmählich wird meine Insel auch voll, gell? Ja. Wie sieht's bei dir drüben aus? Oh, der Dorf, alter ist das auch groß. Das du mit dem wenigen Getreide hinkommst. Ja, das haut hin, bis jetzt. Wie viele Leute hast du in deinem Dorf? 2896. 2800? 2800, ja. 2400 Farmer, 1300 Worker und 60 Artisanen. Vor allem, was macht man mit den Artisanen? Die machen doch überhaupt keine Produktionszweige. Für die... Für die... Doch, die sind dann für die Fensterproduktion und für die... Für das Essen. Ganz vorne die Fenster. Das sind Fensterbauer sind das. Da ist... Ja, klar. Ja, klar. Vielen Dank. Ich kann mich gerade überlegen. Was machen wir jetzt? Ich kann mich gerade überlegen. So Aufträge kommen auch gar nicht rein, so wie wir es gestern Abend hatten. Hm, irgendwie... Da hast du auf jeden Fall recht. Ah. Ah. irgendwas ist anders da hat er natürlich hier oben hat er auch eine richtig krasse diese insel die nämlich doch schiff gekauft oben bei dem typ der verkauft schiffen direkt hochgegangen oder bitte direkt hoch ich bin einfach hoch mit meinem dinks jetzt muss ich den briggs nichts leichter als das aber habe ich doch also haben wir dich jetzt auch runter der mitsch pro schuss 140 du bist weiß oder doch du hast auch schon einige schiffe gar alles meine ich sehe es gerade eigentlich was ich habe das jahr du musst hinfahren zu den leuten an christi quest die haben leuchtturme vor ihren dingern genau das sind die mission ja das ist die mission ich verwollte der elf klipper ist das da vielleicht hat sie eine aufgabe das hat einfach mal kanon hingestellt da ist aber minus bekommen gar bei deinen leuten oder weil ich habe auch das ich hatte auch minus bekommen letztens als ich da so ein ding hingestellt hatte minus aber das ist ja egal hauptsache ist hier klamotten sind wieder voll im arsch ich habe jetzt 12345 mal sachen die klamotten herstellen ich bin ja bei 3500 einwohner 33 auch mal halt noch pauschale So, um zu der ersten Hals. Du bist ganz schön langsam, Schiff. Ball. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun mal Schafweide. Ich habe sieben Schiffe. Hä? Hast du dir zu viele gekauft oder was gebaut? Also ich habe vier Stück gebaut. Oh, äh, ne, fünf. Fünf Stück gebaut und zwei gekauft. Na gut, okay. Ich gebe auf. Eins gibt es noch zu kaufen. Geh mal hoch. Geh mal hoch zu dem im Norden, ne? Ja. Dann steht da sein goldenes Schiff im Hafen und links daneben steht eins, wo keine Segel dran sind. Da kannst du draufklicken und für 21.000 kaufen. Brigade, ha. Für 21.000. Ja. Ich gucke hier, die gelben Segel sind gestrapft. Kannst du gleich die Quest annehmen oder hast du da keine? Ne, der darf doch hier. Was will er? Oh, was steht denn hier? Neutrale Party. Hier steht irgendwie drei Schiffe rum. Na ja, aber wir sind mal wieder soweit. Meine Flotte ist vollendet. In der nächsten Folge muss ich mich dann nochmal um die Schafe kümmern. Äh, um die... Doch, um die Schafe, Klamotten hier. Ähm... Und? Ich eskortiere ein paar Schiffe. Das ist meine Aufgabe. Ach, das ist deine Aufgabe, die Schiffe hier unten? Ja, die drei Stück. Ja, okay. Da fahr ich jetzt mit meinen zwei Schiffen mal hin. Und guck mal. Ich fahr auch gerade zu einem Treibgutaufgabe. Aber das mache ich dann in der nächsten Folge. Für heute reicht es erstmal hier an der Stelle. Haben wir auch einiges geschafft wieder. Hier in der wunderschöne Flotte aufgestellt. Jetzt können die Piraten kommen. Ich bin mit gewappnet. Wir sehen uns inота. Über die Tür nichtatriebe... Untertitelung des ZDF, 2020